Grundsätzlich gibt es drei verschiedene Pool-Ebenen bei einer typischen Yield-Farm und es lohnt sich, die Unterschiede zwischen den Farms zu kennen. Alle drei Ebenen einer Yield-Farming-Plattform oder auch Tiers genannt, haben eine eigene Funktion. Je nach der Phase, in der sich der Kursverlauf des Reward-Tokens befindet, kann es mehr oder weniger sinnvoll sein, in die einzelnen Tiers zu investieren. Ein Tier-Null-Pool erkennt man daran, dass hier der Reward-Token selber eingelegt wird. Der Pool kann dazu dienen, die eingelegten Tokens dauerhaft aus dem Markt zu entfernen, also zu burnen, um den aktuellen Supply des Tokens zu reduzieren. Manchmal ist die Idee dahinter, einmalig seine Rewards zu opfern, um sich einen stetigen Zufluss an neuen Reward-Tokens zu sichern. Meistens jedoch findet gar kein Burning statt. Stattdessen kann man die eingelegten Tokens jederzeit wieder entnehmen. Häufig gibt es Rewards in Form des Reward-Tokens selber, was man auch Compounding nennt, denn diese Form des Pools unterliegt im Idealfall einer stark beschleunigten Zinseszinsentwicklung. Manchmal werden die Rewards auch in Form anderer Tokens ausgezahlt, zum Beispiel Tokens von neuen Projekten, das nennt man ein Initial Farm Offering oder auch IFO, beziehungsweise ein Launchpad. Tier-Null-Pools dienen der Wertschöpfung für den Reward-Token und stellen eine Utility dar. Der Kurs des Tokens soll positiv beeinflusst werden, weil Nachfrage erzeugt wird. Diese Pools bieten in der Regel die höchste LP bei, sind aber auch durch die typische Kursentwicklung des Reward-Tokens sehr riskant. Tier-2-Pools bieten eine Möglichkeit, Einlagen bei Exchanges zusätzlich gewinnbringend einzusetzen. Wenn man LP-Tokens in eine Yield-Farm einlegt, bleiben einem die Gewinne durch die LP-Tokens sogar vollständig erhalten. Früher wurden Tier-2-Pools dazu verwendet, das Bereitstellen von Liquidität für Exchanges zusätzlich zu inzentivieren. Es gibt aber auch Tier-2-Pools, in die man nur ein einzelnes Asset einlegt, und die überhaupt nichts mit einem Exchange zu tun haben. Tier-2-Pools dienen der kontrollierten Verbreitung der Emission des Reward-Tokens, denn die Rewards, die man für die Einlage bekommt, bekommt man in Form des Reward-Tokens selber. Sie haben abgesehen von Hacks, Scams und Rug-Pools praktisch kein Risiko, beziehungsweise ein sehr geringes Risiko, das nicht von der Yield-Farm selber herrührt, sondern eher von der Kursentwicklung der eingelegten Tokens. Dafür ist die APY dieser Pools eher gering. Auf manchen Plattformen gibt es eine Deposit-Fee von ein paar Prozent, die bei der Einlage eingezogen wird. Das erhöht natürlich das Risiko der Einlage, da die Deposit-Fee erst einmal durch Rewards wieder reingeholt werden muss. Die Einlage in Tier-1-Pools geht nur über LP-Tokens, die man bei Exchanges für das Bereitstellen von Liquidität bekommt. Dabei muss man Liquidität in Form einer Kombination aus dem Reward-Token und einem anderen, sehr liquiden Asset bei einem Exchange bereitstellen und die LP-Tokens, die man dort bekommt, in den Tier-1-Pool bei der Yield-Farming-Plattform einlegen. Die Einlage enthält also immer einen Anteil des Reward-Tokens, der quasi bei 50 Prozent des Dollarwertes der Einlage liegt. Der Sinn von Tier-1-Pools besteht darin, dass Liquidität für das Trading des Reward-Tokens benötigt wird und auf diese Weise überhaupt erst die Möglichkeit entsteht, den Reward-Token zu verkaufen. Die Reward-Tokens fließen also schematisch betrachtet von Tier-2 nach Tier-1 und von Tier-1 nach Tier-0, wobei in der Praxis die Tokens natürlich in alle Richtungen fließen. Das Team der Plattform wird die Tier-1-Pools nutzen, um die eigenen Reward-Tokens zu verkaufen und in andere Assets, zum Beispiel Ether oder Stablecoins, umzuwandeln. Wirklich wichtig zu verstehen ist, dass das Team alle Reward-Tokens komplett umsonst bekommen hat und an der Stelle nur Gewinn machen kann. Das bedeutet für die anderen Pool-Teilnehmer, dass sie in der Regel mit mehr Reward-Tokens aus dem Pool rausgehen, als sie eingelegt haben und dabei einiges von den anderen eingelegten Assets verlieren. Es ist also Vorsicht geboten bei den Tier-1-Pools, man sollte hier nur einzahlen, wenn man einen guten Plan hat. Auf der anderen Seite ist jede der Ebenen geeignet, von einer Yield-Farm zu profitieren, wenn man sich der jeweiligen Marktsituation anpassen kann. Die drei Ebenen einer Yield-Farming-Plattform heißen auch Pumping-Layer, Dumping-Layer und Distribution-Layer. Die Begriffe werden aber eher selten verwendet.